Musik Oh, ich hätte doch die andere Waffe behalten sollen. Oh, ich hätte es dir die FD. Musik Na, endlich. Wow, was für ein mega geiler Level. Was für ein Hammer Level. Absolut geil. Wow. Ich glaube, er findet mich nicht so geil. Oh. Oh. Was? Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Das gibt es gar nicht. Krass. Okay. 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 Er hat es nicht anders gefällt. Oh. Das hat ihm nichts ausgemacht. Das war, glaube ich, ein Fehler. So, jetzt haben wir Chance. Oh. Oh. Shit, ist das schwer. Ja. Mein lieber Schwan. Man muss ihn immer genau dann treffen, wenn die Benzinfässer da stehen. Boah. Krasse Aktion hier. Sonst verletzen wir uns selber. Du hast das Ding genau in die Haken gekriegt, mein lieber. Du hast das Ding genau in die Haken gekriegt, mein lieber. Was? Komm, ich habe gar nicht geschossen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow, meine Lieben. Was ist das für eine Runde hier? Ja, krasse Aktion. So, einmal versuchen wir das jetzt noch. Und dann machen wir es uns nächstes Mal weiter. Sonst wird die Folge hier, hat die Folge die Monster-Länge. Ich versuche das jetzt noch mal. Der Typ ist ja absolut nicht zu... Ich habe mich selber irgendwie jetzt... Ah, shit! Der Typ ist... Jahrhund. Nütz! Das war's für heute. Scheiße, das war wieder Scheiße. So eine Kacke, du. So eine Kacke, du. So eine Kacke, du. So eine Kacke, du. Ach Mann! Mann, du machst doch da. Jawohl, endlich! Meine Güte! Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott, wir haben ihn endlich geschafft. Völlig am Ende hier. Ja, ohne Schweiß keinen Preis. Wow, wir haben ihn endlich besiegt. Und ne Trophäe gibt's auch dafür. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen und wir sehen uns dann in Kürze wieder beim nächsten VR-Spiel. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like, da würde mich auch sehr freuen und unterstützt das Projekt. Ich wünsche euch ne schöne Zeit und ne schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!